Als wir jetzt sicher mehr Ähnlichkeiten haben mit Baden-Württemberg als mit den Leuten von Südfrankreich, kulturell gesehen, das weiß kein Mensch da im Elsass. Das heißt, wir sind in der richtige französischen Region. Die kulturelle Grenze gibt es noch. Es ist unmöglich, diese Grenze zu sprengen. Das kann auch modern sein. Warum wissen wir in Baden so wenig über unseren nächsten Nachbarn? Ich gehe also auf Spurensuche in eine Region, die mir unbekannt und bekannt zugleich vorkommt. Kommt.